Wie ist es beginnt? Nein, nein, du musst erzählen! Ich muss schon erzählen! Ja, liebe Freunde, wir sind hier in Amerika zum ersten Mal und haben in Las Vegas gestartet. Es hat alles gut geklappt, nur die Hitze hat uns noch ziemlich zugesetzt. Unser Hotel war nicht so toll, es war schon ein wenig abgewohnt im Circus Circus. Wir haben auch schon ein paar Dollars verspielt. Ja, Rally hat ein bisschen verloren. Und wir waren jede Menge einkaufen in Las Vegas und haben uns ein paar Hotels angeguckt. Dann sind wir weitergefahren nach Williams. Haben dort übernachtet und und waren am nächsten Tag im Grand Canyon. Der Grand Canyon war ganz toll. Es war unglaublich, diese Schluchten zu sehen. Von dort aus sind wir gestern nach Page gefahren. Haben da in einem niedlichen Hotel übernachtet. Allerdings war unser Essen bei KFC ein ziemlicher Reinfall. Sehr dreckig. Sehr schmutzig, jawohl. So, jetzt kannst du mal weiter als schönen Rally. Ja, dann sind wir weitergefahren zum Lake Powell. Wir waren baden im Lake Powell. Sind weitergefahren zum Bryce Canyon. Den sehen wir uns jetzt an. Fahren dann nach Zion, Yosemite, San Francisco. Heute gucken wir uns noch eine Rodeo Show an. Jetzt will Lukas noch was sagen. Na Lukas? Nein. Der Niki, sag du damals. Und Nena. Nena will nicht mitmachen. Auf jeden Fall ist sie toll hier. So, nun sind wir fertig. Tschüss. Tschüss.